Werdet Anwälte, Ärzte, Feuerwehrleute oder Superhelden, aber bitte nicht Prominente, rät Matteo von Culture Candela seinen Facebook-Fans. Wie du? Passt du nicht in einen Pfad, seh alles zweifach. Was für uns war dreifach und so. Klare Sache. Der Speck geht weg, Facebook-Schauspieler Felix von Jascharow fleißig aus dem Fitnessstudio. Auch Sunrise Avenue-Frontmann und The Voice-Juror Samu Haber trainiert hart. Na dann kann der Sommer ja kommen. Diese Jungs sind schon in Top-Form. FC Bayern-Torwart Manuel Neuer fällt auf dieses Bild mit seinen Teamkollegen David Alaba, Jerome Boateng und Thomas Müller. So glücklich sehen nur Gewinner aus. Bei Comedian Joko Winterscheidt fängt der Tag mit diesem kleinen Zettel vor der Windschutzscheibe an. Ich parke wohl falsch, hashtaggt er auf Facebook. Die Fans kommentieren humorvoll, bezahlt von Jokos eigenem Geld. Richtig so. Und von Schauspieler Axel Stein gibt's heute mal was umsonst. Leute, ich hab hier 10 frisch gepresste Soundtracks von Nicht-Mein-Tag. Extra für euch und ihr könnt die gewinnen. Unter allen Shares, Likes und Kommentaren werde ich die verlosen. Na, dann mal los. Und damit bis zum nächsten Update. Untertitelung des ZDF für funk, 2017